Gleis 3 Gleis 3 Guten Morgen meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie recht herzlich auf der Fahrt des Intercity 21, 56 nach Berlin Zoologischer Garten mit Halb in Gleis, Garmisch-Partenkirchen, Oberau, Murnau, Gugelfing, Weinheim, Gauding, München-Hauptbahnhof, Ingolstadt-Hauptbahnhof, Treuchtlingen, Nürnbeck-Hauptbahnhof, Erlangen, Bamberg, Kronach, Saalfeld, Seil, Jena-Paradies, Naumburg-Sahle-Hauptbahnhof, Halle-Sahle-Hauptbahnhof, Witterfeld, Lutherstadt-Wittenberg, Flughafen Berlin-Schönefeld, Berlin-Ostbahnhof, unser gastronomisches Angebot finden Sie in der Mitte des Zuges. Sie in der Mitte des Zuges. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Haltgleis, Ausstieg in Fahrtrichtung links, vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020